Hallihallo geschätzte Freunde von Microsoft Azure. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir gemeinsam mit der Azure CLI ein virtuelles Netzwerk erstellen. Und nicht nur ein virtuelles Netzwerk, nein gleich zwei virtuelle Netzwerke. Und wenn wir schon einmal zwei virtuelle Netzwerke haben, dann können wir auch gleich die Peering-Funktion konfigurieren. Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich befinde mich hier in der Azure Desktop App. Ich könnte nun zu diesem Symbol navigieren, Cloud Shell, die Cloud Shell starten und direkt mit der Azure CLI arbeiten. Heute will ich Ihnen einen anderen Weg zeigen. Ich navigiere zum Browser, starte den Browser und ich gebe folgende URL ein. shell.azure.com, drücke die Enter-Taste. Ja, wir können direkt eine Shell im Browser starten. Und zwar eine Shell, die dann mehr Platz bietet. Ich wähle nun das Konto aus und anschliessend das Kennwort. Ich wähle Anmelden und ja, ich möchte angemeldet bleiben. Und jetzt wird die Shell aufgebaut. Und wir sehen, wir haben nun die Möglichkeit, direkt hier mit der Azure Cloud Shell zu arbeiten. Ein tolles Werkzeug. Ich verwende AC und dann Abstand Account, Abstand Show. Dann erhalte ich die Information, mit welchem Konto ich angemeldet bin. In der Tat, tom.wechsler.atoutlook.com und ich sehe den Namen der Subscription, Pay As You Go. Soweit alles in bester Ordnung. Ich möchte nun mit AC selbstverständlich wieder arbeiten, aber in diesem Fall mit Account und Abstand List. Ich möchte eine Liste erhalten mit sämtlichen Subscriptions. Dazu verwende ich Abstand minus minus all. Nun erhalte ich die Liste mit den Subscriptions. Es gibt nur eine Subscription in diesem Fall. Gut, ich möchte jetzt aber die Ausgabe etwas anpassen. Darum verwende ich folgenden Zusatz. Zuerst Ctrl L, um den Bildschirminhalt zu löschen. Pfeiltaste nach oben. Den letzten Befehl wiederholen. Und dann verwende ich minus minus Output und dann Table. Dann erhalte ich die Ausgabe im Table Format. Und so können wir das besser lesen. Aha, es gibt eine Subscription, Pay As You Go. Sie ist aktiv und sie ist der Standard. Sehr gut. Wenn Sie die Subscription ändern möchten, wenn Sie mehrere Subscriptions im Einsatz haben, dann verwenden Sie AC und dann auch wieder Account. Und anschliessend verwenden Sie Set, Abstand, minus minus, geben an Subscription. Und übrigens, ich habe Subscription nicht ausgeschrieben, sondern mit dem Tabulator die Tab Completion Funktion genützt. Und nun verwenden Sie die Anführungszeichen und geben nun den Namen der Subscription an. Schliessen das Ganze wieder ab mit den Anführungszeichen und dann können Sie so den Fokus auf eine spezifische Subscription setzen. Nun erstellen wir in einem ersten Schritt eine Ressourcengruppe. Und das sieht in etwa so aus. Wir verwenden AC und dann Group, Create, Abstand, minus minus, name, myResourceGroup, Abstand, minus minus, location, WestEurope. Nun wird die Ressourcengruppe erstellt mit dem Namen myResourceGroup. Jetzt erstellen wir ein erstes virtuelles Netzwerk. Und ich füge das Ganze wieder ein. Ich habe das alles vorbereitet, damit Sie mir beim Tippen nicht zuschauen müssen. Selbstverständlich werde ich Ihnen diese Datei mit all diesen Befehlen zur Verfügung stellen. Wo Sie diese finden, werde ich Ihnen später zeigen. Wir verwenden AC Network vNet Create. Der Name ist myVirtualNetwork1. Wir geben die Ressourcengruppe an, myResourceGroup. Wir spezifizieren das Adressprefix, 10.0.0.0.16, dann minus minus subnet minus name ist subnet 1 und dann minus minus subnet minus prefix. Und dann geben wir das Präfix an, 10.0.0.0.0.24. Drücken die Enter-Taste. Und jetzt wird das erste virtuelle Netzwerk erstellt mit dem Namen myVirtualNetwork1. Darin enthalten das Subnetz mit dem Namen subnetz1. Gut, jetzt geht es darum, dass wir das zweite virtuelle Netzwerk erstellen. Und dieser Befehl sieht sehr ähnlich aus. Zuerst Ctrl-L, um den Bildschirminhalt aufzuräumen. Dann das Ganze wieder einfügen. Wir verwenden wieder AC Network vNet Create. Der Name ist in diesem Fall myVirtualNetwork2. Und jetzt ganz wichtig, also zuerst geben wir selbstverständlich noch die Ressourcengruppe mit. Das wäre hier, minus minus resource minus group ist myResourceGroup. Und jetzt wichtig beim Adressprefix. Wir müssen ein anderes Adressprefix auswählen, damit wir keine überlappende Netzwerke haben. Darum habe ich als Adressprefix ausgewählt 10.1.0.0.16. Dann der Name vom Subnetz ist wieder subnetz1. Und dann das Präfix ist 10.1.0.0.24. So haben wir zwei verschiedene Adressbereiche. Drücken die Enter-Taste und das virtuelle Netzwerk wird erstellt. Jetzt haben wir zwei virtuelle Netzwerke. Lassen Sie uns doch das gemeinsam einmal im Portal überprüfen. Ich navigiere zu den Resource Groups. Dann haben wir hier die Ressourcengruppe myResourceGroup. Darin enthalten das erste virtuelle Netzwerk. MyVirtualNetwork. Nun wähle ich die Refresh-Funktion aus. Das ist noch nicht da, das zweite virtuelle Netzwerk. Ich warte noch. Mal schauen. Nochmals ein Refresh. Aha! Da ist es. MyVirtualNetwork2. Navigiere zu MyVirtualNetwork1. Darin enthalten das Subnetz mit dem Namen Subnetz1. Navigiere zurück zu MyVirtualNetwork2. Darin enthalten das Subnetz mit dem Namen Subnetz1. Aber die beiden virtuellen Netzwerke haben einen unterschiedlichen Adressbereich. So. Jetzt haben wir zwei virtuelle Netzwerke. Jetzt möchte ich die Peering-Funktion konfigurieren. Dazu brauchen wir zuerst einmal die ID von unserem virtuellen Netzwerk Nummer 1. Und dazu verwende ich folgendes. Ich erstelle eine Variable. Die Variable heisst VNet1ID. Sie sehen hier den Namen. VNet1ID. Dann untersuchen wir folgendes. Mit AC Network VNet Show. Wir geben die Ressourcengruppe an. MyResourceGroup. Und dann der Name vom virtuellen Netzwerk. MyVirtualNetwork1. Minus Minus Query. Und dann brauchen wir die ID. Und dann geben wir an. Minus Minus Out TSV. Drücke die Enter Taste. Und dann wurde bereits diese Variable erstellt. Jetzt denken Sie vielleicht. Ja, aber was ist jetzt der Inhalt von dieser Variablen? Verwenden wir doch ganz einfach Echo. Und dann geben wir den Namen der Variablen an. Das ist VNet1ID. Und dann erhalten wir den Inhalt von dieser Variablen. Aber jetzt haben wir Echo erhalten. VNet1ID. Ich habe das Dollar vergessen. Oh mein Gott. Also gehen wir nochmals das Ganze an. Echo, Abstand. Und jetzt ein Dollarzeichen, um den Inhalt der Variablen aufzurufen. Und jetzt erhalten wir den Inhalt von dieser Variablen. Und Sie sehen, das ist die ID von unserem virtuellen Netzwerk mit dem Namen MyVirtualNetwork1. Und jetzt werde ich das Ganze etwas modifizieren. Ich drücke zuerst einmal die Pfeiltaste nach oben. Nochmals und nochmals. Und jetzt werde ich entsprechende Werte anpassen. Und zwar werde ich hier die 1 durch eine 2 ersetzen. Und dann navigiere ich ganz nach vorne. Und ich ersetze dann VNet1, also der Name der Variable, ersetze ich durch eine 2. Damit wir die zweite Variable erhalten. Also VNet2ID. Es geht ganz zurück in dieser Linie. Drücke die Enter-Taste. Und jetzt wird die zweite Variable erstellt. Wir untersuchen auch wieder den Inhalt. Pfeiltaste nach oben. Nochmals und jetzt ersetze ich die 1 durch eine 2. Damit wir den Inhalt der zweiten Variable anschauen können. Und jetzt sehen wir, da ist die ID von unserem zweiten virtuellen Netzwerk enthalten. Mit dem Namen MyVirtualNetwork2. Und jetzt geht es darum, dass wir das Peering konfigurieren. Und zwar beginnen wir mit MyVirtualNetwork1. Das sieht in etwa so aus. Wir verwenden AC NetworkVNet PeeringCreate. Der Name von diesem Peering wird sein MyVirtualNetwork1 minus MyVirtualNetwork2. Wir müssen die Ressourcengruppe angeben. Dann den VNetName müssen wir angeben. MyVirtualNetwork1. Und dann minus minus RemoteVNet. Und hier kommt unsere Variable zum Einsatz. Darin enthalten die ID von unserem RemoteVirtualNetwork. Und dann minus minus AllowVNetAccess. Damit dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Kommunikation aufgebaut werden kann. Drücke die Enter-Taste. Und jetzt haben wir die eine Seite konfiguriert. Das dauert jetzt noch einen kurzen Moment. Und selbstverständlich müssen wir auch die Gegenseite konfigurieren. Und das werden wir selbstverständlich auch gleich miteinander durchführen. Wir untersuchen die Ausgabe. Wir sehen hier die entsprechenden Informationen. Wir sehen, Allowed Forwarded Traffic ist False. Das haben wir nicht mitgegeben. Allowed Gateway Transit haben wir ebenfalls nicht mitgegeben. Aber was wir sehen ist Peering State. Da steht Initiated. Also die eine Seite ist Ready. Jetzt müssen wir die andere Seite ebenfalls konfigurieren. Und dazu füge ich folgendes ein. Wiederum AC Network VNet Peering Create. Der Name wird sein MyVirtualNetwork2 minus MyVirtualNetwork1. Also genau das Umgekehrte. Wir geben die Ressourcengruppe an. Dann der Name vom virtuellen Netzwerk MyVirtualNetwork2. Und dann das RemoteVNet geben wir wieder an in Form der Variablen. $VNet1ID und minus minus AllowVNetAccess. Ich drücke die Enter-Taste. Und jetzt wird die andere Seite konfiguriert. Dann sollten wir einen Status erhalten, dass das Peering funktioniert. Ich warte nun, bis diese Bereitstellung abgeschlossen ist. Und wir können dann das Ganze überprüfen. Und das werden wir gleich sehen, wie wir das prüfen können. Ich warte jetzt, bis diese Bereitstellung abgeschlossen ist. Das dauert wiederum ein paar Sekunden. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Wir sehen beispielsweise einmal hier steht, Provisioning State Succeeded. Also das wurde erfolgreich ausgeführt. Und wir sehen, Peering State Connected. Wir haben jetzt das Peering erfolgreich eingerichtet. Wir können das aber zusätzlich noch überprüfen. Zuerst den Bildschirminhalt löschen. Dann füge ich folgendes ein. AC Network VNet Peering Show. Wir geben den Namen an von der einen Seite. My Virtual Network 1 minus My Virtual Network 2. Dann die Ressourcengruppe. Dann der Name vom Virtual Network, My Virtual Network 1 minus minus Query. Und dann suchen wir den Peering State. Und wir erhalten nun die Ausgabe Connected. Wir haben erfolgreich nun zwei virtuelle Netzwerke mit der Azure CLI bereitgestellt. Und wir haben die Peering-Funktion ebenfalls eingerichtet. Selbstverständlich können wir das überprüfen, indem wir zum Portal navigieren. Ich rufe jetzt die eine Seite auf. My Virtual Network 1. Navigiere ein wenig nach unten zu den Peerings. Und wir sehen wunderbar unsere Konfiguration und auch den Status Connected. Genau so muss es sein. Wie bereits erwähnt, werde ich Ihnen selbstverständlich das Skript zur Verfügung stellen. Sie finden das Skript auf GitHub. Geben Sie ein GitHub.com. Und dann navigieren Sie zum Suchfeld. Geben ein Tom Wechsler. Anschliessend navigieren Sie zu den Users. Dann finden Sie den Tom Wechsler. Navigieren zu den Repositories. Und ich werde Ihnen dieses Skript mit den Befehlen zur Verfügung stellen im Repository mit dem Namen Azure CloudGel. Hier werden Sie das Skript finden mit dem Namen create-vnet-peering. Ich werde das Skript hier abspeichern, damit Sie dann selber zu Hause das Ganze in aller Ruhe nochmals durchkonfigurieren können.